Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, der Gute, der Sitte. Und heute machen wir wieder eine schöne Real-Life-Story für euch. Wenn euch solche Real-Life-Story, solche Geschichten aus meinem Leben gefallen, und gefallen, alles klar, gefallen, lasst mir mal ein paar Posten warten, da würde ich mich mega freuen. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, eine positive. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der ersten Runde. So, irgendwie seht ihr schon auf der Map, Ena, Ena, keine Ahnung. Und ja, meine Freunde, wir gehen einfach mal direkt in die Mitte, gehen wir jetzt, glaube ich, einfach mal gar nicht. Und ja, ihr habt mit dem Video-Titel, Was Synther wurde angezeigt. Und ja, Leute, so kann man es sagen, ich werde euch mal was erzählen, wie das alles zustande gekommen ist, wann es war, wieso, und so weiter. Und ja, aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar war das ungefähr vor zwei Jahren ungefähr, ja, mit 14. Ich bin 16, mit 14 ungefähr war das, ja, so um den Dreh, kann man sagen. Und ich habe damals halt, wie manche wissen, schon einen Real-Life-Kanal gehabt, den will ich aber nicht erwähnen, weil ich habe da solche richtigen Kiddy-Scheiß gemacht mit einem Freund, mit Julian, also wer Julian nicht kennt, kennt ihr eigentlich gar nicht, aber ich habe ein Bild auf Instagram hochgeladen, dann könnt ihr sehen, wer das ist. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, kann das da halt gerne nochmal sehen. Ja, Leute, und ich würde sagen, den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht. Eura, das war kacke. Und ja, wie gesagt, ich habe bei dem guten Herren ein Bild, also nicht ein Bild, sondern ein Video gemacht, so Videos, halt so Real-Life-Videos, so Pranks, Challenges. Also ich sage schon, es ist einfach so, wenn ich du wäre, Zeug halt. Was halt damals, wir waren da noch nicht jung, so ein bisschen, war alles Latz, was wir gemacht haben. Ist ja, wie ich meine, war da so keine, wie sagt man dazu, kein Schamgefühl, genau. Das kann man echt gut dazu sagen, wäre wirklich Sachen gemacht, Jungs. Ich habe mich in eine fucking Tiefkühltruhe reingelegt, vom Rewe. Aber das ist nur ein Thema davon, aber das ist auch nicht das Hauptthema. Und so hat Zeug an Welt gemacht. Und ja, so war so das Kanalprinzip, so auf der Straße, mittendrin, halt irgendwelche Fertzles machen. Und ja, dadurch waren wir dann auch schon, sage ich mal, so, wie soll ich sagen, meine Enderperle kommt, ey, ich quitte. Also in diesem Standpunkt, dass man so sagen kann, Leute, ja, wir waren so im Ort eventuell so ein bisschen bekannt. Man wusste halt, okay, das sind halt so zwei Spastis, die machen halt so YouTube-Videos. Wir hätten da jetzt nicht irgendwie 1000 Abonnenten. Ich glaube, wir hatten 400 oder sowas. Also nicht die Welt, aber es war damals zu unserer Zeit, dachten wir, Jungs, ähm, boah, Sapa, wir sind die Bosse aus unserem Dorf. Und ja, dachten, ja, wir haben jetzt, wie gesagt, solche Videos dann gedreht. Ähm, wirklich ohne Schamgefühl, alles, dies, das haben wir da halt gedreht. Ähm, und hatten da halt so ein kleines, einfach so ein Team. Okay, wir waren halt so Real-Life-Freunde, haben halt so gemacht, die haben so Kameras noch gefilmt und so weiter von uns. Grüße gehen raus jetzt an dieser Stelle. Und hatten da halt, wie gesagt, unseren mäßigen Erfolg. Für uns war das halt damals richtig krass, so 400 Abonnenten, Jungs. Wir haben uns halt richtig Fame gefühlt und sowas, wisst ihr euch mal? Also so richtig so, ja, Jungs, wir sind richtig big in the game, also so richtig bekannt halt, dachten wir, dass wir sind. Aber, das waren wir halt alles nicht mal, so ist eine Tatsache. Nebenbei, okay, den haben wir bekommen. Und ja, Leute, man war halt immer so ein starkes Punkt, dass man sagt, okay, wir haben draußen gedreht. Und es ist halt wichtig, dass ihr wisst, dass wir das draußen gemacht haben. Das heißt, wir haben nicht irgendwie, also wir haben halt auch quasi fremde Leute gefilmt, die dann da zu sehen waren. Und das wollten die fremden Leute halt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gibt ja sowas, das nennt sich Recht am eigenen Bild, Jungs, ne? Und die Leute von hinten auch noch. Wo sind wir denn hier? Wir waren aber dann so von einem Supermarkt, Bekannte unter dem Namen Rewe. Haben da halt so ein bisschen gechillt, haben da was aufgenommen. Und da war halt so eine Challenge. Der gute Herr musste halt was machen, der Julian. Und da hat man halt quasi so zwei Leute ansprechen müssen dafür. Und da waren halt so zwei ältere Leute. Das sind nämlich mal Lügen. Um die 60 so, um den Dreh jetzt mal. Auf jeden Fall im Elternbereich Rentner, genau. Das kann man jetzt mal so sagen. Und diese Rentner waren halt so im Bild gesehen. Die waren halt im Bild, haben sie auch gewusst, dass eine Kamera sie filmt. Und das wussten sie auch, ne? Haben uns dann auch gesagt, ja Jungs, cool was ihr so macht, ne? Ich wünsche euch da viel Erfolg. Aber bitte, macht bitte, dass man so uns nicht erkennen kann auf dem Video, ne? Die haben wir direkt gewusst, okay, Internet, da wollen sie halt nicht gesehen werden. Auch wenn es irgendwie nichts Schlimmes war für die, ne? Ihr wisst, wie ich meine, so, dass man, dass das irgendwie aufs Leben von denen jeden übel nehmen könnte, was wir da gemacht haben. Und so, was sie halt, sie würden es nichts bereuen, wenn man sie sehen würde. Ihr wisst ja, ich mein. Und, Leute, da ist ein Chicken. Oh, guck mal, wie es da runterfliegt. Ähm, ja Leute, das war so das Ding. Wir haben gesagt, ja, wir filmen es nicht. Und wir haben es halt gefilmt. Wollten sie halt dann so zensieren, ne? Dachten wir. Dann hat unser Kameramann halt erstmal richtig fett krass auf die Einen gefilmt. Okay. Wie gesagt, ist noch nicht das krasseste Problem. Wie gesagt, kann man ja alles raus zensieren mit dem schwarzen Balken. Stimme eventuell verzerren, weil es man die gehört hatte. Ist alles recht und schön, ne? Dachten wir uns, ja, okay, es war halt schon so ein langer Tag, ne? Wie kommen wir einfach das Video und das Video musste halt da sein. Wir hatten da wirklich so eine kleine Fanbase, weil, wie gesagt, nichts Großes. Aber man hat sich halt damit schon ein bisschen geiler gefühlt. Und, ja, bei allem, bei aller Hektik, so sagen wir mal so, komm, scheiß drauf, die zu zensieren. Wir waren halt damals also die Experten, sag ich mal, mit, ähm, Karten von Videos, ne? Haben einfach gedacht, komm, wir wissen gar eh nicht, wie es geht. Und dann, boah, dann lasste die halt einfach mal in dem scheiß Video drin. Die werden es eh nicht sehen. Die sind, lasst mich lügen, Senioren, Seniorinnen gewesen. Die haben doch eh keinen Zugriff zum Internet. Ja. Dann, Leute, war ich so in der Schule. Video da oben, gab wieder krass viel Resonanz. Das war ernsthaft mit uns unser bestes Video. Ähm, gab wieder krass Resonanz. Wieder richtig geil. Man hat sich einfach, wie gesagt, richtig geil gefühlt. Ähm, okay, komm ich hoch? Nein, oder? Nein. Nein. Ich hab jetzt... Ach. Ich hab aber gewonnen. Oh mein Gott. Ein Junge, das waren wir, wie gesagt, so 14 Jahre jung. Hatten gerade noch so Nachmittagsunterricht und so lange Schule. Mittagspause. Bekomme ich so einen Anruf von meinem Vater. Und so, okay, eventuell etwas passiert. Ähm, was weiß ich. Wie soll ich sagen, so ein bisschen kein Termin oder so haben wir. Nein. Er sagt so, ja, Tim, ja, was los? Ja. Polizei hat bei mir angerufen. Nimm alle Videos runter. Ich sag mal so, nein. What the fuck, was ist passiert? Ja, von einem Mann, der hat euch eine Anzeige gegen euch angesehnt. Also gegen Julian und mich. Wegen Recht am eigenen Bild, ne? Und wir so, fuck, was haben wir gemacht? Und das war einfach so eine Scheiß-Situation, Leute. Wir waren einfach so 14 Jahre jung. Haben uns mal böse gemeint. Und haben einfach eine Anzeige am Hals gehabt. Wegen Recht am eigenen Bild. Recht am eigenen Bild heißt das ja. Ich hab einfach gesagt, ich hab diesen Typen gefilmt. Er wollte es nicht, wir hatten keine Zustimmung. Und seitdem, Jungs, hab ich mega Schiss, irgendwie solche Vlogs zu drehen. In der Öffentlichkeit, wo man andere Leute sehen könnte. Oder allgemein draußen zu filmen. Weil ich hab irgendwie Schiss, dass da irgendwie wieder so einen Typen gibt, der dann rumheult. Und mich das irgendwie wieder anzeigen könnte. Und zum Glück, ja, hatten wir halt so ein... Hey, was ist denn das? Mussten wir halt mit 14 Jahren halt so zur Polizei gehen aufs Revier. Mussten halt dahin gehen, anhören. Und, ähm, ja, dann hat uns halt der Mann gesagt, der Polizist, so, ja, okay, das war eine scheiße Aktion, wir sollen sowas nicht mehr machen. Und, dass der gute Mann die Anzeige zurückgenommen hat. Das heißt, ähm, ja, wenn er uns angeteilt hat, ja, er die Anzeige zurückgenommen hat. Aber er wollte nichts mehr von uns wissen, weil er wollte uns noch so entschuldigen oder sowas. Aber er wollte irgendwie nicht, dass wir wissen, wie er heißt oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Ja, hatten wir dann irgendwie trotz dieser Anzeige, die wir zum Glück zurückgenommen, nochmal richtig Glück gehabt, Leute. Ähm, und deswegen, ich würde sagen, Leute, die Moral von der Geschichte passt echt auf, was ihr so filmt und wen ihr filmt. Das geht ja nicht um den Videos, sondern auch von Bildern von anderen Leuten. Das heißt, wenn da jemand einfach ein Bild von einem hochladet, ähm, kann es halt durchaus sein, dass ihr damit heftig, in eine Scheiß-Situation geratet, ähm, gerätet, geratet? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine, weil es einfach, ähm, sowas ist. Ui. Ui. Ui, Jungs. Es ist intense. Boah. Nice, Jungs, okay. Also seid ihr, Leute, meine Moral von der Geschichte, wenn ihr wirklich YouTube macht, passt echt auf, wenn ihr andere Leute filmt und die das nicht wollen, weil das ist einfach so, die können euch da easy anzeigen. Und das ist halt so eine Sache, Leute, also passt da echt auf. Ähm, ich hatte da nochmal richtig Glück, dass der gute Mann das fallen gelassen hat, aber, ähm, nicht jeder ist. So, wie gesagt, da gibt es echt wirklich, sag ich mal, jetzt auf gut Deutsch gesagt, solche Arschlöcher, die denen es einfach egal ist. Die zeigen dann auch gerne mal so einen kleinen Pisser an, dass sie halt so eine kleine Lektion haben, ne. Und, ja, seit gewirkt, seitdem habe ich wirklich nicht gerade das Beste draufreden auf Vlogs, weil ich keinen Bock habe. Nur weil irgend so ein Spaß, die ihr jetzt, in Anführungszeichen, da keinen Bock hat, gezeigt zu werden, ähm, quasi eine Anzeige zu bekommen. Weil das geht einfach so schnell mittlerweile, ne. Man kann mir in jedem Herz gefühlt angezeigt werden. Also, an alle YouTuber, meine Moral von der Geschichte, oh Gott, passt echt auf, Jungs, wen oder was ihr filmt und ob ihr dafür die Erlaubnis habt, was diese Person das möchte. Das war in jedem Fall nicht zu sehen, das war, ich weiß, das war mega dumm, der Typ hat es ja noch extra gesagt, aber, wir konnten auf die Idee, dass irgendein Rentner, vor allem auch noch auf unseren Kanal, wir waren ja nicht irgendwie jetzt, ey, ich quitte, ne. Es ist doch unglaublich, ne, es ist unglaublich. Jungs, wir kommen darauf, dass irgendein 60-Jähriger Mann auf eurem Kanal findet, der nicht mehr groß ist. Aber trotzdem, Leute, wenn ihr das gerne, der Puzzle, dann würde ich mich mega freuen. Ich würde sagen, wir sind uns direkt in dem Morgen-Video, haut da rein, lasst euch mal eine Lektion sein, wenn ihr mehr sehen wollt, daumen nach oben und ciao.